Um deinen Rollstuhl vom Alltagsschmutz zu befreien, brauchst du nicht viel. Einfache Mittelchen reichen völlig aus. Ich benutze feuchte Putztücher und eine weiche Bürste aus dem Fahrradzubehör. Und weil wir schon dabei sind, steht die Luftpumpe für die Korrektur des Reifendrucks bereit. An Werkzeug werden ausschließlich zwei Sechskantschlüssel für die Vorderräder gebraucht. Fangen wir mit den kleinen Vorderrädern an. Ziel der Putzaktion ist das Entfernen der unterwegs aufgesammelten Haare. Zum Abschrauben der kleinen Vorderräder nimmst du zwei passende Sechskantschlüssel und löst die Schrauben rechts und links von der Achse. Jetzt sollte vor dir ein dreirädriger Rollstuhl, ein kleines Rad und zwei Schraubenteile liegen. Ob die Abstandshalter bei dir auch sind, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie breit deine Vorderräder sind. Hast du sie nicht, kannst du dich freuen. Das Wiedereinbauen gleich ist dann mit deutlich weniger Fummelei verbunden. Hm, lecker, fremde Leute Haarbüschel. Ha, schnell, weg damit. Zum Glück gibt's Wasser und Seife nachher. Auf drei Rädern fährt es sich schlecht, hat man mir gesagt. Deswegen bauen wir das Vorderrad einfach wieder ein. Rad einlegen, wenn vorhanden den Abstandshalter dazwischen klemmen und mit der Schraube fixieren. Dann den Abstandshalter auf der anderen Seite dran, Schraube rein und die ganze Geschichte mit den Sechskantschlüsseln festziehen. Die Feuchttücher und die Fahrradbürste helfen uns beim Reinigen der Räder und des Rahmens. Luftgefüllte Hinterreifen wollen regelmäßig auf genügend Luftdruck überprüft werden. Dazu die Staubschutzkappe abschrauben und mit dem Autoventiladapter der Luftpumpe Luft drauf geben. Achtung! Überprüfe bitte erst die Angabe auf dem Mantel des Rades, wie viel Bar Druck der Reifen verträgt. In meine Räder können 6 bis 10 Bar rein. Ich pumpe allerdings immer nur bis 7 Bar auf. Das reicht mir. Achte beim Anstecken der Hinterräder bitte auf die korrekte Laufrichtung. Zeigen bei mir zum Beispiel die Pfeile im Profil nach vorne, wenn ich von oben drauf schaue, dann ist alles in Ordnung und die Räder sind auf der richtigen Seite. Ein letzter Tipp am Ende. Bleibe auf festem Boden beim Herumbasteln. Wenn auch nur ein Gulli oder Abfluss in der Nähe von dir ist, wird dir garantiert irgendwas reinfallen. Ich verspreche es dir. Bis zum nächsten Mal.